Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den Smart Home Deal des Tages und diesmal geht es um einen smarten LED Strip, den wir uns vor einiger Zeit mal zusammen angeschaut haben. Genauer gesagt geht es um den 2,8 Meter Smart LED Strip mit USB Power von GoSund. Den gibt es heute im exklusiven Sale. Normalerweise kostet er 20 Euro, aktuell 17,99 Euro und ihr bekommt nochmal 15% Rabatt. Und damit kostet er gut 15 Euro und das ist richtig, richtig günstig. So günstig war der LED Strip noch nie. Wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, ich habe euch einmal den Link zum Deal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details und dann denkt dran, unter dem Produktpreis bei Amazon einmal die 15% Rabatt anklicken. Die werden euch dann bei der Kasse abgezogen, damit ihr dann am Ende auch auf den richtigen Preis kommt. Wie immer weiß ich nicht, wie lange der Rabatt gültig ist, deswegen wenn ihr den LED Strip haben wollt, dann nutzt das definitiv und greift zu. Wie gesagt, Link zum Angebot ist einmal für euch in der Infobox. Der smarte LED Strip von GoSund mit 2,8 Metern und USB Power eignet sich natürlich perfekt dazu, euren Fernseher mit einem Ambilight System auszustatten. Er lässt sich allerdings gleichzeitig auch smart steuern. Das heißt, ihr könnt ihn komplett über die GoSund App einbinden. Dort lässt sich das komplette Farbspektrum über den wunderbaren Farbkreis wiedergeben. Und natürlich lassen sich auch Timer-Funktionen, Szenen-Funktionen etc. ohne Probleme einstellen über die GoSund App. Des Weiteren hat man hier den großen Vorteil, dass er sich auch zur Musik quasi steuern lässt. Das heißt, ihr könnt ihn auch als wunderbare Ambilight Party-Beleuchtung sogar einsetzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ähnlich wie bei Philips Hue, wenn ihr dort die Musik aktiviert. Geheignet ist das Lichtband für 40 bis 60 Zoll Fernseher, damit man einmal komplett rumkommt. Das lässt sich natürlich auch partiell einsetzen. Dank Klebestreifen auf der Rückseite lässt er sich auch ohne Probleme auf allen Oberflächen befestigen. Und das Ding hält wirklich sehr, sehr gut fest, muss ich sagen. Wozu ich ihn eingesetzt habe, mit einer Powerbank einfach anstellen, wo ich sonst nie eine smarte Hintergrundbeleuchtung erzeugen konnte. Das ist wirklich praktisch und wirklich durch eine Powerbank super einfach zu realisieren. Dann klappt es auch locker mit der smarten Steuerung. Und man kann ihn perfekt auch über die Amazon Echo App beispielsweise in sein Smart Home System einbinden. Natürlich klappt auch hier die Sprachsteuerung ohne Probleme. Wie gesagt, standardmäßig kostet der smarte LED-Strip mit 2,8 Metern Länge 20 Euro derzeit auf 18 Euro reduziert. Und im exklusiven Deal gibt es nochmal 15% Rabatt. Deswegen nutzt das definitiv und sichert euch den Deal. Link, wie gesagt, zu dem Deal für euch in der Infobox drin. Und dort unter dem Produktpreis nochmal die 15% Rabatt-Code. Die einfach einmal aktivieren und schon spart ihr das Geld und bekommt dieses Ding für gut 15 Euro. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Denkt nur wie immer dran, ich weiß nicht, wie lange der Deal gültig ist. Das richtet sich bei Amazon komplett nach der Auslastung. Viele von euch fragen mich immer noch nach einigen Tagen, ob ich so ein Deal nochmal irgendwie aufspüren kann. Meistens sind das einmalige Aktionen. Deswegen nutzt das, wenn ihr diesen LED-Strip, smarten LED-Strip, für 15 Euro haben wollt. Wenn ihr Fragen und Wünsche zum smarten LED-Strip habt, schreibt mir bitte alles einmal in die Kommentare rein. Und ich versuche so schnell wie möglich, wie ihr das von mir kennt, alles für euch zu beantworten. Dass ihr auch noch rechtzeitig den Deal wahrnehmen könnt. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr mir hier ein Abo dalasst. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen News, Reviews, Deals und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikwelt. Exklusiv für euch hier auf YouTube auf meinem Kanal. Deswegen verpasst ihr nichts mehr, lasst ein Abo da und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Und ich würde mich auch unfassbar freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Passt auf euch auf, Leute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.